Abwarte ich lange, aber naja. Ray, ich kann joinen, Hammer. Ist der Blitzschlager so overpowered? Das gibt's überhaupt nicht, ey. Upp, er nennt mich Noob. Alles klar. Können nicht angehen, ja, ey. So, erstmal hinlegen. Ich werde gleich noch mit Ruben spielen. Ah, nice. Erstmal eingekillt mit der S-Mine. Nice. Oh, und dann erstmal selber stehen. Ist der da drauf? Ein Schalldämpfer wird sich verarschen. Einfach nicht gut. Einfach nicht gut. Mal gucken, ob der mir hinterher kommt. Ach, komm noch mal. Alles. Das war ja... Eine schnelle Runde, ja. Auf jeden Fall hin kommt. Zielen braucht man hier auch nicht. Das ist völlig übertrieben. Übertrieben. Ja, das war ja mal meine geile Stat hier. 0,5. Könnte man schön sehen. Jetzt geht's schon wieder in die Lobby. Und ich hab so das Gefühl, dass ich mehr Zeit in der Lobby verbringe als im Spiel. Das ist unglaublich. Die Spasten an alle Stellen hier. Das gibt's überhaupt nicht. Ähm. Ja. Was soll ich sagen? Ähm. Nicht so schön. Also das sind auch so Sachen wie aufregend. Server, äh, dieses... Dieser Sitzungsbeitritt funktioniert nicht. Äh, Hostwechsel. Diese typischen Sachen, die ich schon öfter gehört habe von COD, dass das einfach nicht läuft. Ähm. Ja. Was soll ich dazu noch sagen? Es läuft einfach nicht. Waiting, 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 waiting. Geht doch. Wieder zu Jemen. Oh mein Gott. Am Anfang hat mir Jemen ganz gut gefallen, aber mittlerweile ist das so ein bisschen... Spackig. Unterwegs. Weiß ich auch nicht, wie ich das nennen soll. Auf jeden Fall... Braucht er wieder drei Jahre. Ey, bis es halt mal anfängt, ne? Diese Lobby immer, ne? Ich könnte mich ja aufregen. Lass es aber mal. Gerade waren wir gerufen hier. Hat sich das Spiel abgeholt, weil wir haben da zusammen bestellt. Also mehr oder weniger ich zusammen, die beiden auf einmal. Ähm. Ab 6 Uhr zocken wir hier zusammen. Wir haben gerade keine Ahnung, irgendwie halb 6 oder so. Also eben noch eine kurze Aufnahme machen. Alles mal ein bisschen zeigen, ein bisschen erklären. Was ich davon so denke, was ich, äh... Was ich nicht kann. Und zwar spielen. Und... Ja. Jetzt... Kommt... Das Beispiel dafür. Das ist perfekt. Boah. Boah. Das kann einfach nicht angehen. Ich bin so schlecht. Das kann einfach... Wie spät ich ihn auch gesehen habe. Kipp. Also jetzt ist mir eine ganz ehrliche Frage, ne? Ich hab Hitmarks bekommen, ja? Wofür? Dafür, dass sie keinen Schadenmacher da hat. Willst du dich verarschen? Lass mal ein paar S-Minds hinlegen. Was ist das denn hier? Und ich sehe hier keinen Gegner. Wo sind die? Da hinten, wo die Totkipfer sind. Ich kenn die Karten immer noch nicht, übrigens. Das wird sich auch wahrscheinlich nicht ändern. Boah, da kommt der Nächste da an. Das ist so ein Abspott, ne? Wie jetzt, das war der. Wie ist denn... Boah. Ich hab gedacht, der ist nicht so schnell. Boah. Das ist echt... Wenn man von Battlefield kommt, finde ich, ist das einfach nur extrem. Warte mal. Kann ich hier... What the fuck? What the fuck? Ich bin hier schon mal runtergefallen, ja. Ey, das kann einfach nicht angehen. Ich muss einfach mal sprayen. Das kann... Alter. Ich bin so schlecht, ey. Das ist ja Wahnsinn. Und Granatenschmeiß können die auch noch nicht. Wir haben so einen Glatzkopf vor uns. Er hat ja nicht gesehen, oder? Lade nach! Der PDWR finde ich ganz gut, eigentlich. Oh. Die S-Minds... Ja, die fliegen ganz weit, eigentlich. Das ist ganz nice. Ähm, wo wir hier mal den Typen so ein bisschen up-safen. Ein bisschen für Steam spielen, auch wenn ich es nicht drauf habe. Können wir es versuchen. Oh mein Gott. Ich kann doch einfach nicht... Oh, 50 Assists. Assists kriege ich auch immer sehr viel. Und dann kommt der von hinten. Und ich hab 1,4 schon. Das ist so schlecht. Also wenn ihr ein gutes Gameplay sehen wollt, gibt woanders hin. Tut mir leid, aber... Feindliche Drohne, die erzigt. Erschütterungskranate gebaut. Ah, der ist doch egal. Da hab ich den nicht angeschossen, oder? Mann, wir fressen. Feindliche Vorräte unterwegs. Vorräte unterwegs. Und da... Ach du... Das... Da kämmt der da. Das kannst du ja nicht ernst meinen. Oh mein Gott. Ich will gerade den scheiß Wichter da ausschalten. Und da... Oh mein Gott. Ey, das kann nicht wahr sein, ey. Sag mir, was ich falsch mache. Ich verstehe es nicht. Boah, endlich mal ein Kill. Wahnsinn. Endlich mal einen richtigen Kill. Da freu ich mich. Boah, nee. Das kannst du nicht ernst. Alter. Ich hab meine Steuerung übrigens, falls ihr das kennt, von der Playstation auf Taktik umgestellt. Somit muss ich fürs Messern auf Kreis gehen. Und das ist ein bisschen abspack. Aber ich will es mir halt nicht so umgewöhnen, dass ich jetzt von dem Battlefield auch noch rauskomme irgendwie. Dass ich da auch noch nicht total umändern muss. Wir haben mal Ätzen. Boah, ganz ehrlich. Stirb. Oh mein Gott. Alles klar. Was ist denn der Spacko hier? Ich hab's noch grad gesehen auf der Karte. Wo bist du? Nice. Erstmal ein Kill. Ich find ihn ganz nice eigentlich. Aber immer wenn ich aufnehme übrigens, kommt ja einer hier rein. Entweder mein Vater oder meine Stiefmutter oder ich krieg Besuch. Richtig typisch. Was ist los hier? Boah. Fick durch. Mindkill. Mindkill. Abschuss. Nein, komm. Der will sich doch die Marke snocken, der vorne. Der will's doch. Ah, will er nicht, natürlich. Meine. Fuck. Oder nicht? Scheiße. Aber wieder mal. Schön ein paar S-Mine-Kills. Wenn man die richtig platziert, dann ist das eigentlich ziemlich nice. Finde ich zu. Boah, das kann nicht sein. Ich bin so schl- Oh, das- Ach, ein Snipe. Oh, Mann. Ja, Siki, ich hätte mir einen Quickscope. Wenn man in dem Spiel snipen kann, dann ist alles andere egal. Das ist ja Wahnsinn. Bitte. Boah, ist da noch einer. Kann nicht angehen, ey. 7, 9. Ja, wie gesagt, ich bin froh, wenn ich... Boah, leck, leck, leck. Okay, es leckt auch noch ziemlich viel. Das habe ich vergessen, das zu sagen. Ach, scheiße. Ich kann voll nicht schießen, ey. Ich weiß auch nicht, ob ich meine Maus-Sensitivität, genau, an der Playstation, meine Maus-Sensitivität hochstellen soll hier an einem Controller oder runter. Momentan habe ich es auf 5 stehen. Aber ob ich auf 5, 4, 3 oder 7 oder 10 Stielen habe, ich glaube, das ist Bildunterbrecher. Ich sehe nichts, Moment. Alles klar. Das macht, glaube ich, nicht viel Unterschied bei mir. Hangar-Feller-Grohne eingesetzt. Hm. Hm. Alter, das kann nicht sein, ey. Das kann einfach nicht sein. Boah, und die... Durch diese... Bei diesen Dingern kann man sich voll dagegen schützen, dass man da... Wenn man sich hinlegt. Und so... Alter, fick dich... Oh, Alter, das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Oh, warte mal. Oh, nice. Nice. Geile Camper-Pose. Treffe ich was, wenn ich da rüberwerfe? Ne, okay. Hm, nice. Hier bleibe ich mal im Moment. Kommen sowieso gerade nicht aus dem Loch da hinten raus. Und wird fliegt die? Jetzt. Ist ich verarscht? Schmeiß die jetzt da hin? Ey, man, das tut ernst, ey. So, geht da. Verwündete Drohne nähert sich. Nice. Nice, nice, nice. So würde ich das sehen. Alles klar. Glaube ich sollte hier weggehen. What the fuck? Ach komm, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ganz ehrlich. Ja, Suki. Suki. Was ist das überhaupt für eine Waffe? Ich glaube, ich kenne die irgendwie nicht. Und die meisten kennen zum Beispiel sowieso mein S-Mindster vorgehen. Gar nichts. Ach, ganz ehrlich. Fick dich. Das war ich sowieso nicht. Wir hätten gerade Hijacked gespielt und nicht jetzt diese Map. wäre es ja echt so gewesen, dass wir... Das muss man ändern. Sie verarschen, lass mich hier raus. Ey. Lass mich hier... Mein Abschluss. Hö, hö. So. Oh, nee, ne? Boah, das kann nicht sein, ey. Wenn der da rumrennt, dann kommt der nicht, ne? Aber dann, schon klar, ey. Sicher. Und wie die sich manchmal drehen, ist echt der Wahnsinn. Das kann ich annehmen. Einfach nicht annehmen. Flieg. Flieg, meine S-Mind. Flieg. Och Gott, ey. Das kann doch nicht sein. Ich verstehe das nicht. Was mache ich falsch? Mein Gott. Unglaublich. Echt unglaublich. Das wollte ich nicht, okay. Egal. Gehen wir weiter hier. Alles klar. Jetzt bin ich mich erkenntlich gegeben. Alter. So. Ach, shit. Und da ist der Spiel auch schon vorbei. Wir haben mal gewonnen hier. Nicht wegen mir, aber egal. Bin ich letzter geworden. Ja, mach's hier nichts. Ich, äh, wie gesagt, ich kann's nicht. Ah, ich bin sogar letzter Abschluss. War mal nice. Äh, richtig gekonnt. Einfach mal reingesprayt. Zack, Headshot. Alles klar. Ja. Das war Black Ops 2. Ich weiß nicht, ob ich gleich nochmal Rufe aufnehme. Mal sehen. Lass uns mal überraschen. Ähm, ansonsten, ich hoffe, ihr habt das Spiel. Ihr habt Spaß damit. Und seid ein bisschen besser als ich. Und damit auch. Tschö. Haust rein. Und Black Ops 2.